Hallo, schöne Grüße aus der Solar Evolution in Düsseldorf, wo wir unseren neuen Hybrid-S6-Pixellichter vorstellen. Von 5 bis 10 kW, bei den 5er und 6er 3 MPP-D-Eingänge, bei den 8er und 10er 4 MPP-D-Eingänge, 16 Ampere Eingangstrom, 50 Ampere Lade- und Entladeleistung. Am Backup die gleiche Rominalleistung wie auch am AT-Stecker. Schussgerät, Blutdruckverbindung, sehr schnelle Inbetriebnahme. Man kann mit allen möglichen Batterienherstellern verbinden. Wunderbar ist das Gerät. Danke. Schussgerät.